All die Mühe und die Hingabe lohnen sich, wenn wir die Auswirkungen sehen, die es sowohl auf unsere Patienten als auch auf uns selbst hat. Wir kommen mit Riesenschritten voran. Jeder Schritt ist ein neuer Antrieb, den wir teilen müssen, um weiter zu wachsen. Es ist nicht mehr lange hin, bis wir wieder eines der aufregendsten Erlebnisse des Jahres teilen und genügend. Viel Menschlichkeit, viel Nähe zu allen Fachleuten. Ich empfinde es als sehr bereichernd und wachse beruflich und persönlich weiter. Verpassen Sie nicht diese internationale Tagung, auf der Sie neue Techniken und wissenschaftliche Erkenntnisse entdecken, um die Lebensqualität Ihrer Patienten weiter zu verbessern. All das unter der Leitung unserer Experten. Dank dieser Erkenntnisse werden Sie in ein professionelles Umfeld eintauchen, das Ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe bringen wird. Die internationale Einführung bietet Fachleuten aus der ganzen Welt die Möglichkeit, es in Ihren jeweiligen Sprachen zu erleben. Spanisch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch. Genießen Sie die Energie vor Ort, aber auch das enorme Potenzial von Nessa Event im Livestream und natürlich sechs Monate offline, um alle Vorträge zu sehen, wann auch immer Sie Zeit haben. Leben, Teilen, Wachsen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.